Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute hier auf der Mille und ich habe meine 360-Grad-Kamera mitgebracht. Was das heißt, ihr könnt mit eurem Handy jetzt in alle Richtungen um dieses Video sozusagen die Kamera herum schwenken. Guckt mal mit. Hier hinter mir ist jetzt der Mille-Eingang. Ich gehe jetzt mit euch mal durch die Trade-Show und schaue mir da mal ein paar Spiele an. Und für alle, die noch nie hier gewesen sind, ist, glaube ich, das eine der besten Möglichkeiten, um sich mal die Mille genau anzunehmen. Du hast deine Kamera vergessen. Du hast die Milleziona gemacht. Du hast die Milleziona gemacht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.